Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 18. Oktober 2021 und heute zum zweiten Mal, denn es hat ein Apple-Event stattgefunden und Apple hat wieder mal ein Feuerwerk abgelassen, zumindest beim grössten Produkt, aber ich würde auch sagen, sonst rundherum ist einiges Neues und Spannendes und Althergebrachtes dazu gekommen. Gestartet hat alles mit Musik und auch einem neuen Voice-Plan, wie das Apple so schön nennt. Was ist das Ganze? Musik ansteuern über die Stimme mit dem Musikassistenten, sage ich schon, mit dem Sprachassistenten aus dem Apple-Ökosystem. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil sonst springt sie an. Könnt ihr Wiedergabelisten, Songs etc. alles mögliche ansprechen und gleich wiedergeben. Und zwar auf CarPlay, auf dem iPhone, auf dem iPad, auf der Apple Watch, auf dem Apple TV, auf dem Mac oder auch auf dem HomePod Mini. Das Ganze startet für eine Single-Person in eingeschränkter Version ab 4,99 in US-Dollar, individual mit ein bisschen mehr Möglichkeiten und Lyrics etc. Spatial Audio und so weiter ab 9,99. Und Familien, das heisst bei Apple immer bis zu sechs Personen, geht das ab 14,99. Schade aber, das Ganze kommt nicht in die Schweiz. Liegt unter anderem sicherlich auch daran, dass wir kein richtiges Siri haben hier. Und auch den HomePod Mini nicht hier haben. Und um den geht es gleich beim zweiten Thema. Es ist nämlich soweit. Die HomePod Minis werden farbig. Das weisse und das dunkle Modell bekommt ein oranges, ein gelbes und ein irgendwie dunkelblaues Modell mit dazu. Ja, schaut schick aus. Gefällt mir. Und wer sich noch nicht eingedeckt hat mit Dutzenden von HomePod Minis, kann jetzt seine Wohnung oder sein ganzes Haus passend mit neuen Farben eindecken. Ich sehe schon, jetzt gehen dann bald einige HomePod Minis der ersten Generation, also der ersten Farbversion, in den Sekundärverkauf, würde ich doch mal behaupten. Weiter ging es dann nach dem Voice-Player und den HomePod Minis mit was für die Ohren. Es ist schon länger gemunkelt worden. Die AirPods haben eine neue, und zwar die dritte Generation erreicht. Diese sollen mit dem neuen dynamischen Design noch besser direkt ins Ohr gehen. Ihr habt die Möglichkeit, da ganz viel Musik rauszubringen. Und zwar, jetzt ist mir gerade die Stundenanzahl entfallen. Ich glaube, sechs Stunden waren es genau. Mit dem Case kann man es zusätzlich nochmals vier Stunden aufladen. Und geladen wird das Ganze mit MagSafe Charging. Also auch hier, nicht nur bei der Uhr, kommt jetzt MagSafe zum Einsatz. Neue Force-Sensor-Controller sind mit dran. Also das Bedienen direkt am Gerät ist neu. Und eben Spatial Audio ist auch mit an Bord. Schaut spannend aus. Nächste Woche kommt dann auch mit den neuen Mac-Modellen, wo ich gleich dazu komme, Monterey. Und für all diejenigen, die nicht so schnell mitnehmen konnten oder sich ein bisschen mehr einlesen möchten, auf daily.giktok.ch und oder im Podcatcher euer Vertrauens, findet ihr natürlich Links zu den einzelnen Produkten, respektive Blog-Beiträgen zu den Produkten. Und später am Abend gibt es vielleicht, je nachdem wie die Müdigkeit zuschlägt, noch einen Blog-Post, wo ich das Ganze auf dem podcatcher.ch-Blog ein bisschen zusammenfassen werde. Und sonst dann morgen, irgendwann im Laufe des Tages. Und dann hat Apple die Katze aus dem Sack gelassen. Der liebe Mike und der liebe Achim vom Geek Talk, unser Mutter-Format, die werden sich extrem freuen und ich mich natürlich auch. Apple hat den neuen Prozessor, den M1 Pro und den M1 Max vorgestellt. Worin arbeiten die? In Apples neuen MacBook Pro Modellen. Und die sind gehörig aufgebohrt worden. Was haben wir da? Wir haben zum einen die, wie hieß die nochmals? Die Bar oben, die Touchbar, die weg ist. Die Funktionstasten sind zurückgekehrt. Und auch zurückgekehrt ist der HDMI-Anschluss und die SD-Karten, der Schlitz für die SD-Karte. Da freue ich mich extrem darauf. Es sind verschiedene Ports auf der Seite angebracht und somit ein rundes Paket oder besser gesagt ein eckigeres Paket. Insgesamt wurde das MacBook ein bisschen kantiger, dennoch mit runden Ecken, aber kantiger. Es gibt in einem 14 Zoll Version 14,2 um genau zu sein und in einem 16 Zoll 16,2 um genau zu sein. Und auch hier kommt die ProMotion-Technologie zum Einsatz. Mit 120 Hertz, also bis zu 120 Hertz kann das Ganze rattern. Wenn es nicht gebraucht wird, wird es runtergedrosselt, wie bei den iPhone 13 Pro und Pro Max Modellen. 1000 Nits sind auch hier drin und sogar bis zu 1600 bei HDR sind vorgesehen. Auch bekommt das MacBook neu etwas, was wir vom iPhone her kennen, einen Notch. Und zwar ist da nicht Face ID drin, das hätte ich noch toller gefunden, aber es ist eine Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 1080p Auflösung drin. Also endlich mal ein bisschen ein besseres Licht, äh Licht, was sage ich auch, Bild. Und viele, viele andere Geschichten. Bis zu 64 GB RAM, bis zu 8 TB an Speicherplatz. Also das sind richtige Boliden, die richtig rennen. Und logischerweise werden die auch ausgestattet mit macOS Monterey und auch ausgeliefert. Und hey, das Tolle, ihr könnt sie ab heute sofort bestellen. Ab nächster Woche werden sie geliefert. Bestellen, das heisst ab 1999 US-Dollar geht es los. Für das kleinere Modell 2499 US-Dollar werden für das grössere Modell, ähm, wie sagt man dem, verlangt. Sobald die Schweizer Preise kommen, werde ich das natürlich in den Blogposts entsprechend noch anpassen. Ich bin mal ganz gespannt, was für Modelle meine lieben beiden Mid-Podcaster da bestellen werden. So ein schneller Blick ins Apple, äh, in den Apple Store. Da geht es bis zu 3.800 Euro hoch. Und, ähm, ja, ich schaue jetzt mal nicht die Schweizer Preise an. Das mache ich nach der Aufnahme. Gab es sonst noch was? Ich würde behaupten, ich habe alles behandelt, behaftet mich aber nicht ganz darauf. Falls ich doch was ausgelassen habe, werde ich das in der nächsten Episode am Mittwoch dann nachbessern. Und ich freue mich schon am Mittwoch auch die Aufnahme mit dem Mike und dem Achim zusammen, wo wir dann über die neuen Produkte sprechen werden. Und ich bin sehr gespannt, was sie dazu sagen werden. Ach ja, MagSafe ist noch zurück. Äh, wer die Geek Talk News-Folge der letzten Woche gehört hat, ich glaube, der Achim wird nicht ganz so viel Freude daran haben. Zumindest nicht in der Ausführung. In diesem Sinne, das war's für heute Abend. Ich hoffe, ich habe euch das Event ein bisschen zusammenfassen können. Wenn ihr Fragen, Rückmeldungen etc. habt, gerne über die üblichen Wege. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode. Euer Pogipsi. Schlaf gut. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.